Die ganze Woche gesessen habe und ein Konzert gemacht habe und ich musste spontan umbauen. Und ich bitte euch, wenn das jetzt die Rede nicht so gut wird, mit das dann zu entschuldigen, weil wirklich, ich habe wirklich daran gearbeitet. Da winkt jemand, was heißt das? Hört man mich, mich nicht? Wahrscheinlich bei jedem Konzert so stattfindet, nur hier wird es wirklich ganz bewusst. Es gibt ein sehr interessiertes Publikum, das sich nicht damit abspeisen lässt, was medial ihnen runtergejubelt wird und mit Werbung verkauft wird. Und wir haben Musikerinnen und Musiker, die aus sich heraus Musik machen und das nur aus dem Zweck, weil sie das lieben, was sie tun und nicht zwingend, weil sie einen dritten Porsche oder Ferrari brauchen. Und das ist eine schöne Situation, dass das so ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020